Weil immerhin sind das eigentlich richtige Mörder gewesen, die Leichen stapeln und makaber sind. Hat aber an den beiden sowieso nicht wirklich was geändert. So, ich habe jetzt dafür aber erstmal die Möglichkeit, Kopf vor Kopf auszusortieren. Äh, habe die Möglichkeit, die Hundestatue unter den Nutzgegenständen zu finden. Oder einfach so, Steintoxinen. Sie auszurüsten und Alor das Horn zu geben. Eigentlich sollte ich Seraphine geben, das Horn. Pizzkale, schworrenes Gift, pack das mal weg. Okay, Messingzitter der Kaserne. Küche, Gefängnis. Okay, hier schon mal nicht. Gucken wir uns nochmal die... Ja. Ich muss in die Festung eindringen, um das Herz zu beschaffen. Festung aus Messing. Solange ich nichts klaue, müsste eigentlich nichts passieren. Treue sogar im Tod, hm? Ein rautanischer Affenattentäter. Ja, das will ich eigentlich auch nicht. Die Sicherheitszeit wird immer speichern. Nicht, dass ich einfach doch aus Versehen was auslöse. Kein Titanenherz, kein Titanenherz. Sieht auch nicht wirklich wie Titanenherz aus. Das ist nur ein guter Streitfolgen. Das ist auch kein Titanenherz. Ja, dann muss es eher irgendwas sein, was neu ist. Stimmt da eigentlich in der Schmiede vielleicht eher. Hier ist auch kein Titanenherz. Die hätten es nur ein Schmiede. Ist das hier überhaupt eine Schmiede? Ne, das ist eine Küche. Hier komme ich leider nur unten raus in der Messingzitadelle. Nicht oben. Also auch nicht ganz sonderlich hilfreich. Na gut, hier. Oh, hier ist noch ein verwaister Hund, den ich nicht eingesammelt habe. Kritische Trefferschancen für Nahkämpfer erhöht. Ich glaube irgendwie nicht, dass das Titanenherz im Pulverhaus rumgammelt. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Was haben wir hier für Orte hier oben? So den Übungsrahmen und das Büro und die Treppe und der Quartiermeister. Ne. Hier tradiert gerade nur der Waffenmeister. Hier ist auch nicht wirklich jemand. Ich glaube nicht, dass die Quartiermeisterin mir da helfen könnte. Ne, hier ist nur Schwarzpulver. Okay, die hat nichts zu sagen. Ich kenne aber keine Festung aus Messing, außer die Messingzitadelle. Also keine Festung, die mir irgendwas sagt. My Seraphim, ist there anything you have a hard time with, aside from humility? I reckon I'll be our fancy at most things, more so all things paratical. If only we were all as confident and real skills as you are in imagined ones. Okay, Seraphim und Alof haben Diskussion. Alof fragt Seraphim nach Seraphim. Gibt es etwas, das dir schwerfällt, abgesehen davon Bescheidenheit zu üben? Darauf Seraphim. Ich denke mal, dass ich mit den meisten Dingen gut zurechtkomme. Mit allen Piratensachen noch besser. Alof darauf, wenn wir doch alle von unseren tatsächlichen Fähigkeiten so überzeugt wären, wie du von deinen Eingebildeten. Du wärst überrascht, wie weit man es mit Selbstvertrauen bringen kann, Junge, wenn du es nur einmal versuchen würdest. Mhm. Oh, das war da die Sache mit der Tafel. Das haben wir noch nicht mal richtig abgehakt. Also du bist auf Nethes idealistisches Geschwätz, wo kulturell im Stolz reingefallen. Tomaru verschränkt ihre Arme. Nicht zahlen. Jetzt war's Schöne, wir sind fertig miteinander. Mhm. Also ja, wir haben das Büro des Flottenkommandanten und wir hätten das Pulverhaus. Oh, da wäre die Waffenschmiede. Vielleicht dort eher. Sonst wüsste ich wirklich nicht, wo man das Ding suchen sollte. Ich kann dich immer noch nicht durchlassen. Weggehen. Okay. Und zu sagen hat er uns auch nichts. Das heißt, wir gucken mal in der Schmiede und wenn nicht, dann gehen wir halt erst einmal die Gräber abklappern. Wäre mir gerade lieber als in die Tiefen zu gehen. Und vielleicht gucke ich mir mal den englischen Questtext an. Ob der hilfreicher ist. Was hast du eigentlich so? Drachen mit Gift. Ist legendär und macht übelst viel Schaden. Oh, ist aber auch übelst teuer, aber puh. Schaden. Okay, Durchschlafskraft ist etwas geringer. Alles andere. Wirkungsbereich Ziel plus Länge. Achso, das ist die Sache. Ach, das ist wahrscheinlich das, was meinen anderen Leuten Schaden macht. Ungenau ist okay. Kritischer Treffer ist auch okay. Abwehr im Nahkampf Schleier durchdringen. Das ist alles klar. Legendär ist klar. Gewährt Drachenatem. Erzeugt ein völlig sehendes Flammentuch. Ungeschoss. 10% Chance, sich selbst beim Angriff 10 Brandschaden zuzuziehen. Plus 20% Brandschaden. Okay. Und wie kann man das Ding noch verzaubern? Stabiles Ruhenschoss. 5% Chance. Instabiles Ruhenschoss. Drachenatem. Flammender Zorn. Gewährt Flammende Furie. Wut der Schlange gewählt Wut der Schlange. Feuer Alles Seil Umvermeidbarer Feuer Projekt Tila umforsacht Brandschaden. Die Explosion von Ruhnpulver sorgt jedoch dafür, dass der Träger Brandschaden leidet. Flammende Furie erhöht die Angriffs Geschwlichkeit für Zeit lang drastisch, sorgt aber für nachlässiges Nachladen und das Abbrennen von Ruhnpulver fügt dem Träger mit der Zeit Brandschaden zu. Nee. Aber ich sollte wirklich nochmal gucken, was habe ich denn so ran Akibusen? Gar keine. Weil Maya die andere trägt. Ich kann immer noch nicht nach Typ. Ich könnte ihm eine hervorragende geben. Selbst die macht mehr Schaden. Ja, aber ansonsten habe ich leider keine. Oder ich bin gerade blind und sehe sie nicht. Pistölchen. Ich kann nämlich leider nicht nach Typ sortieren. Was ich etwas ärgerlich finde immer noch. Gladiatoren Schwert und Schwert ich sehe absolut außer den beiden hervorragend sehe ich absolut keine. Tja, dann müssen wir erstmal so dabei bleiben. Sagen wir welche Pistole. Okay. War auch nicht sonderlich hilfreich und ich habe keine Ahnung wo ich jetzt noch hier der Messing Zitadelle suchen soll. Deswegen lasse ich das hier mal gut sein. kann ich heilige Treppen direkt Nein, nur die heiligen Treppen und dann die Gruft betreten. Und ich würde sagen, wenn wir die Gruft betreten haben, machen wir erstmal wieder einen Cut bevor wir uns weiter vorwagen. Nein, ich bin nicht hier um den Priester zu sehen, ich bin hier um mit den Toten zu kuscheln. Werder hat hat ja auch der Berater oder Berwefer oder wie man ihn auch immer nennen möchte uns was Neues zu erzählen nachdem wir ja den Hafen seiner Erzfeindinnen zerstört haben. Gut. Wir speichern jetzt, wie ich gesagt habe. Erstmal und dann gucken wir weiter. Das wäre jetzt LP 072. Wow, wir kommen immer weiter an die 100 dran. Mal sehen, ob wir das Let's Play vorher beenden. Das Spiel geht ja schon relativ lang. Aber das sehen wir dann also. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.